Hallo liebe Leute, heute wird eine Gruppe von Schülern eine seltsame Insel besuchen und jetzt lass mal loslegen, let's go! Endlich sind wir angekommen. Es ist wunderschön, diese Insel ist wunderschön. Ja, du hast recht, die ist wunderschön. Oh, guck dorthin! Hä, was ist dort? Ein großer Drache! Oh mein Gott, er spuckt Feuer aus seinem Mund. Ich hab Angst. Wir müssen etwas tun. Er schläft, Herr Lehrer. Ja, ja, es ist eine gute Gelegenheit, hier rauszukommen. Komm schnell, schnell aussteigen! Schnell, schnell, ja komm schnell! Alle, alle aussteigen müssen an der Seite gehen! Ja, schnell, komm, 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 schnell! Kommt, kommt, ja! Warte auf mich bitte! Oh mein Gott, der Drache ist aufgewacht! Wir müssen von hier schnell abhauen! Ja, kommt, segel, schnell! Ja, kommt, segel, schnell! Wir müssen von hier schnell abhauen! Ja, ja, kommt, ganz schnell! Segelt, ganz schnell! Oh, Gott sei Dank sind wir angekommen. Alle aussteigen, alle bitte! Ja, ja, Herr Lehrer. Ja, Herr Lehrer, alle aussteigen! Ich bin die Letzte auch. Guten Tag! Guten Tag! Ich brate einen Fisch. Wollt ihr nicht mit essen? Nein, nein, danke. Ach, sind sie sehr nett! Kommt, meine Schule, lass uns eine Tour machen! Okay, meine Lehrer! Okay, meine Lehrer! Ja! Wartet auf mich! Guckt mal! Hier kann man einen Bauernhof sehen! Ja, du hast recht! Man kann Kühe, Hunde und Höhner sehen! Das ist wirklich toll! Ja, das ist toll! Ach, du süßer Kühen! Komm her, du bist voll süß! Ich versuche jetzt, Milch aus der Kuh rauszuholen. Das macht Spaß! Ey, dort ist dein Haus! Komm, lass uns mal sehen, was da drin ist! Ja, komm, komm! Okay, komm! Warte auf mich! Okay! Ah, dieses Haus ist voll schön! Hallo! Hallo, ja! Wie heißt du? Mein Name ist Lisa! Dein Haus ist voll schön! Aber wo sind deine Eltern? Die sind auf dem Feld! Die sind gegangen, um zu arbeiten! Ach, dein Haus ist voll schön! Danke! Hallo! Hallo! Was ist dein Name? Oh, mein Name ist Max und du... Mein Name ist Lea! Warum hast du die Bananenschale ins Meer geworfen? Das ist falsch! Hä, was ist dein Problem? Ich mach das schon immer! Wir dürfen keinen Schmutz ins Wasser werfen, denn das ist umweltfreundlich! Und so werden alle Tiere im Wasser sterben! Ich hab das nicht gewusst! Guck mal! Dort gibt es Mülleimer! Da soll man Müll schmeißen! Nicht in Wasser! Okay! Komm, gehen wir weiter! Nein! Der Lehrer hat gesagt, wir müssen warten! Und nicht weiter geht, damit wir nicht verloren gehen! Keine Sorge! Wir werden nicht verloren! Deine Sorge! Deine Sorge! Abonniert noch 3 ullımチ이신 внеш Lightning Street! Verruchar a zeere�! Deine Sorge! Deine Sorge! Deine Sorge! Hat er ja ordeneith customsatem solo! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Abonniert dichotSon layering auf Geormas denne Sorge! Es ist wirklich ein guter Platz, Schiffe umzubauen. Ja, da hast du recht. Schau diesen Schiff an, der ist wirklich voll groß und voll schön. Ja, ja. Hier endet die Insel. Lass uns jetzt zurück zu der Lehrer und Schüler gehen. Oh nein, das sind die Piraten. Äh, 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 wer seid ihr? Und wer hier kommt, er. Ich habe Angst. Warte, he, he, he. Kommt schnell von hier, wir müssen weggehen. Ja, wir müssen weggehen. Äh, 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 rennt nicht weg. Warte. Hier endet der Part 1. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Dann wird den zweiten Part herunterladen. Und dann, bis dann, tschüss. Ich gehe nicht direkt rein. Dann, bis dann, bis dann. Baby, du bist halt. Untertitelung des ZDF, 2020